Die Bank of Ireland konnte 2013 die gute Geschäftsentwicklung fortführen, die sie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres bereits begonnen hatte. Das teilte das Unternehmen heute in Dublin mit. Verantwortlich für die gute Entwicklung seien die gestiegenen Zinsen für Hauskredite. Zunehmend würden sich aber auch die Stellenstreichungen bemerkbar machen, die die Bank 2012 vornahm. Und nicht zuletzt würde sich die Wirtschaft Irlands zunehmend erholen. Untertitelung des ZDF, 2020